Hallo und willkommen bei myyugioh TCG zu einem neuen Deck-Profile. Ja, heute mal kein Charakter-Deck, sondern ein persönliches Deck von mir. Das Deck ist auf dem Stand von 2004, das hat einfach den Hintergrund. Meine Freunde Felomoto, Chaos Pharaoh und ich sind seit einiger Zeit schon aus dem aktuellen Yu-Gi-Oh! Spiel draußen. Ich habe noch so bis 2012 gespielt und die beiden haben 2009 schon aufgehört. Und wir hatten dann einfach vor zwei Jahren die Idee, lasst uns doch auf dem Stand von 2004 wieder spielen. Also die Karten, die wir aus unserer Kindheit so kennen, die absoluten Klassiker. Und wir haben uns dann gewisse Regeln festgesetzt. Erlaubt sind Karten, die in den Boostern Legend of Blue-Eyes White Dragon bis einschließlich Ancient Sanctuary erschienen sind. Wir erlauben auch Nachdrucke, aber sie müssen eben im Zeitraum zwischen diesen beiden Boostern rausgekommen sein. Das schließt natürlich auch Starter-Decks ein und Promosets, die vor Ancient Sanctuary rausgekommen sind, natürlich auch. Allerdings fokussieren wir dabei nur das TCG. OCG-exklusive Karten werden außen vor gelassen. Wir gehen dabei nach den europäischen Karten. Das heißt, wir berücksichtigen das Booster Spell-Ruler und nicht das amerikanische Magic-Ruler. Erlaubt sind allerdings auch Karten aus den damals US-exklusiven Boostern Legacy of Darkness, Pharaonic Guardian, Magician's Force, Dark Crisis, was in Europa erst viel später rauskam. Und Invasion of Chaos, da gilt gleiches wie für Dark Crisis auch. Ja, die Sonderregel sagt jetzt, jede Karte ist im Deck nur ein einziges Mal erlaubt. Ausnahmen gibt es für Karten wie Polymerisation, denn ohne diese Karte ist ja keine Fusionsbeschwörung möglich. Toon World, die essentiell für Toon-Karten ist oder solche Karten, die sich selbst in ihrem eigenen Effekt bedingen. Sowas wie Flinker Momonga oder Donner Drache. Da gibt es noch ein paar weitere Karten, aber alles andere, was sich nicht selbst bedingt, Toon World oder Polymerisation, ist nur einmal erlaubt. Es gibt noch eine zusätzliche Beschränkung, wie schon gesagt, Nachdrucke der Karten sind erlaubt. Allerdings gehen wir jetzt von der ursprünglichen Seltenheit der Karte aus. Das heißt, eine Karte, die ursprünglich Secret Rare war, darf nur, also davon dürfen nur zwei Stück im Deck vorkommen. Das heißt, wenn ich jetzt Jinso und den dreihörnigen Drachen nehme, kann ich keinen Drachenmeister Gaia mehr reinpacken. Also Extra Deck und Main Deck zählen in diesem Fall zusammen. Insgesamt sind sechs Ultra Rare Karten erlaubt. Das heißt, man könnte die fünf Teile der Exodia reinpacken und zusätzlich noch eine Wiedergeburt beispielsweise. Man hat insgesamt zehn Super Rare Karten zur Verfügung und zwölf Rare Karten. Die Common Karten sind unbegrenzt. Promo Karten darf man vier Stück haben. Promo Karten, da zählen jetzt Karten aus Videospielen dazu. Beispielsweise das McDonald's Pack, wo man ja auch Ultra Rares und Super Rares drin hatte oder die Tournament Packs. Die würden in dem Fall tatsächlich als Super Rare oder Ultra Rare zählen. Starter Deck Karten zählen in dem Fall dann auch als Ultra Rare oder Super Rare, je nachdem. Und wenn man jetzt eine Karte im Starter Deck hat wie Wiedergeburt, die im Booster aber Ultra Rare gewesen wäre, zählt Booster vor Deck. Das bedeutet, Wiedergeburt wird immer als Ultra Rare Karte gezählt, auch wenn man sie in jedem Starter Deck als Common Karte bekommen hätte. Ja, so viel vorab. Zum Seitdeck bleibt noch zu sagen, da ist zusätzlich nochmal die Hälfte der Seltenheiten erlaubt. Das heißt, eine Secret Rare, drei Ultra Rares und so weiter. Wenn man jetzt auf eine ungerade Zahl gekommen wäre, dann wäre das Ganze aufgerundet worden. Ja, und wenn man jetzt eine Secret Rare vom Seitdeck ins Main Deck mischt, dann muss man auch eine Secret Rare aus dem Main Deck rausnehmen oder eben aus dem Extra Deck. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Deck Profile. Es ist ein Beatdown Deck. Hier die Coverkarte, der Vampir Lord, den habe ich einfach mal gewählt, weil die Karte damals extrem stark war, sehr begehrt war in dieser Zeit und ich hatte damals nicht die Möglichkeit, mit dem zu spielen. Ich habe den erst im Zombie Structure Deck damals bekommen, Zombie Madness. Das war schon ein, zwei Jahre später dann. Ja, machen wir einfach mal weiter. Hier das einzige Normalmonster, Soldat der Erzunterwäldler, ursprünglich aus Star Crisis. Dann geht es auch mit den Effektmonstern schon weiter. Hier haben wir den schwarz glänzenden Soldat, Gesandter des Anfangs. Der wird tatsächlich eher selten beschworen, da ich wenige Lichtmonster in diesem Deck habe. Aber eins der beiden Envoy Monster wollte ich dann doch drin haben und mit dem Extra Deck kann ich da noch ein bisschen aushelfen. Dazu aber dann später mehr. Dann haben wir hier Dunkler Triceratops, ein Tribut, 2400 Angriff und Macht durchschlagenden Kampfschaden. Dann haben wir hier ein Jinso, die erste meiner Secret Rares, die dürfte euch eigentlich bekannt sein, Fallen blockiert. Und ich sage mal, in einem Beatdown Deck ist das auch ganz gut, wenn man die eigenen Monster mit einem Jinso-Effekt dann schützt. Und mit einem Tribut und 2400 Angriffspunkten war der damals auch schon echt gut. Gut, dann Rasender Gorilla, natürlich ein super Angriffsmonster. Schieferkrieger, die erste Promokarte. Wenn man die aufflipft, wird ihre Angriffs- und Verteidigungspunkte um 500 erhöht. Ist immer ganz toll, wenn man die zusammen mit verräterischen Schwertern spielt. Und wenn sie zerstört wird, wird ein gegnerisches Monster dann auch noch geschwächt. Dann haben wir Kaiko, Geistzerstörer. In dieser Zeit haben viele Leute auf die Chaos-Monster gesetzt, die sich beschworen haben, indem man Monster aus dem Friedhof entfernt hat. Und mit Kaiko, dem Geistzerstörer, hat man nicht nur 1800 Angriffspunkte, die sehr solide sind. Sondern man kann eben auch einerseits verhindern, dass der Gegner Karten aus seinem eigenen Friedhof beschwören oder verbannen kann. Man kann ihm zusätzlich auch noch Karten klauen aus dem Friedhof und die eben verbannen und damit dann die Beschwörung der Envoy-Monster verhindern. Dann haben wir Stamminfizierender Virus, auch eine sehr gute Karte. Der Klingenritter, auch ein tolles Angriffsmonster, das zudem vor Monster-Effekten schützt. Brecher, der magische Krieger. Bazoo, der Seelenfresser. Die Vampirlady als schwächere Version zum Vampirlord. Ich habe hier so eine Mischung aus Beatdown und Deckzerstörung versucht und das klappt eigentlich sogar ganz gut. Dann haben wir hier die Didi Kriegerin. Don Saluk, auch eine Deckzerstörungskarte. Die Hexe des Schwarzen Waldes. Matasa, der Sapper, nicht besonders stark, aber wenn man ihn ein bisschen ausrüstet, er kann in jeder Battle-Phase zweimal angreifen, dann kann man damit schon ordentlichen Schaden erreichen. Der Seelenschnitter, einerseits um dem Gegner Handkarten zu klauen, was man übrigens auch mit Don Saluk machen kann. Bei Don Saluk kann man dann immer wählen, wenn der Kampfschaden verursacht, ob man dem Gegner eine Handkarte stiehlt oder die beiden obersten Karten seines Decks auf den Friedhof legt. Und in Kombination mit dem Seelenschnitter dem Gegner ständig die Handkarten klauen, das ist schon ziemlich fies. Und andererseits hat man hiermit auch mal ein Verteidigungsmonster. Dann Magier des Glaubens. Ja, die hat man in der Zeit eigentlich immer gespielt. Und hier haben wir den Magical Scientist. Der hat die Fähigkeit, wenn man 1000 Lebenspunkte opfert, kann man ein Fusionsmonster der Stufe 6 oder niedriger als Spezialbeschwörung vom Fusionsdeck beschwören. Dieses Monster kann den Gegner nicht direkt angreifen und kehrt in der Endphase ins Fusionsdeck zurück. Also um einfach ein paar Monster des Gegners vom Feld zu fegen, ist die wirklich gut. Dann kommen wir auch schon zu den Zauberkarten. Hier haben wir als erstes Raigeki. Ja, eine der fiesesten Zauberkarten aus dieser Zeit. Hier sogar noch aus LOB. Dann haben wir hier den Harpien Flederwisch, quasi das Gegenstück für Zauber- und Fallenkarten. Schwerer Sturm. Ja, ist eine etwas schlechtere Version des Flederwischs, denn sie zerstört auch eigene Zauber- und Fallenkarten. Dann schwarzes Loch. Topf der Gear, die hat natürlich auch jeder gespielt damals. Und hier ist es jetzt auch relevant, dass wir zwischen Spell-Ruler und Magic-Ruler unterscheiden. Denn in der amerikanischen Version war die in Legend of Blue-Eyes White Dragon enthalten. War dort eine Super-Rare-Karte. Und die ist in Europa aber erst in Spell-Ruler rausgekommen, da als Rare. Und weil wir ja nach dem europäischen System gehen in dem Fall, zählt die bei uns als Rare-Karte. Dann Adliger der Auslöschung. Kartenzerstörung. Elegante Wohltäterin. Wiedergeburt. Aufschlagen. Schnappstall. Gemeinsam sind wir stark. Die ist zum Beispiel sehr gut in Verbindung mit Matasa der Sapper. Natürlich Big Bang Shot, um einerseits die Eingriffspunkte des Monsters zu erhöhen. Und andererseits kann man damit dann durchschlagenden Kampfschaden machen. Bau Wunden reißende Flammenberge. Verstärkt ein Monster. Und Effekte von Monstern, die jetzt durch Kampf zerstört werden, dann annulliert. Dann haben wir schon die Fallenkarten. Waboku. Die ist einfach ganz gut, weil man die jederzeit aktivieren kann. Das heißt, man hat die verdeckt legen. Der Gegner aktiviert schwerer Sturm, Harpien-Flederwisch oder sonstiges. Und dann kann man die trotzdem noch ketten und ist dann in dieser Runde vor Angriffen sicher. Dann haben wir natürlich die bodenlose Fallgrube. Spiegelkraft, meine Lieblingsfallenkarte. Sakuretsu-Rüstung. Hier Royal Oppression, Unterdrückungsherrschaft. Die ist immer ganz gut, um Spezialbeschwörung zu verhindern. Und in diesem Deck Spezialbeschwört man eigentlich nur mit Wiedergeburt, Magical Scientist und dem schwarzglänzenden Soldat, Gesandter des Anfangs. Chaos-Decks werden ein bisschen öfter Spezialbeschwören. Deswegen ist die Royal Oppression in diesem Deck sogar ganz gut. Man kann auf die eigenen Spezialbeschwörungen dann eine gewisse Zeit verzichten. Und wenn man eben gegen ein Deck spielt, das nicht so auf Spezialbeschwörungen setzt, dann packt man die eben ins Side-Deck. Und die letzte Karte aus dem Main-Deck ist diese hier. Verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers ist eine bessere Version von Magische Störung. Denn das Verfluchte Siegel zählt nur als Common-Karte, während Magische Störung eine Ultra-Rare-Karte gewesen wäre. Sind beides Konterfallen. Ja, hier muss man dann eine Zauberkarte abwerfen, während man bei Magische Störung die Wahl hat. Aber die Zauberkarte, die man damit annulliert, kann vom Gegner für den Rest des Duells nicht mehr verwendet werden. Und das kann schon ziemlich gut sein, wenn man ihm damit beispielsweise den Flederwisch blockiert oder andere Karten. Tomb-World beispielsweise. Dann schauen wir uns als nächstes das Extra-Deck an. Das sind jetzt Karten, die ausschließlich durch den Effekt von Magical Scientist beschworen werden können. Da haben wir als erstes die brüllende Seeschnecke, einfach mit 2100 Angriffspunkten, um mal ein bisschen Schaden anzurichten. Ebenso gestrafte Adler. Kaiserliche Richterin. Tollwütiger Reiter. Also man kann ja auch beliebig viele Monster in einem Zug beschwören. Damit kann man die Verteidigung des Gegners schon massiv schwächen. Dann haben wir noch Tiefsee-Hai. Ja, der hat jetzt nur noch 1900 Punkte, einfach falls man mal ein fünftes Monster braucht. Falls mal irgendwie ein paar von denen hier zerstört werden, dann hat man den noch als Backup. Gleiches gilt wieder für Kaminari Angriff. Und dann haben wir hier noch zwei Karten. Gilt hier der Drachenritter und Musikerkönig. Die sind hauptsächlich hier drin, weil sie eben Lichtmonster sind. Und das ist immer ganz cool, wenn man dann Magical Scientist hat. Dann kann man sich diese oder einen von den beiden beschwören. Kann sie als Tribut anbieten und dann beispielsweise Jinso oder finsterer Triceratops beschwören. Die sind halt wirklich dazu da, um sie auf den Friedhof zu schmeißen und schnell Tribute zu generieren. Um sie dann eben für den schwarzglänzenden Soldat Gesandter des Anfangs zu verbannen. Ja, dann haben wir natürlich noch ein Side-Deck. Das haben wir dann hier. Da ist die erste Karte der Flammen-Enpachi. Ja, der hat auch einen ganz soliden Angriffswert. Der rasende Kampf-Ochse, weil der nämlich auch durchschlagenden Kampfschaden anrichtet. Sangam. Heimlicher Vogel. Verbanner des Lichts. Yata Gerasu als dritte Secret Rare. Soul Release. Das sind jetzt alles so Anti-Chaos-Deck-Karten, wobei ich die meistens nicht brauche. Spell Reproduction. Verräterische Schwerter. Mystical Space Typhoon. Buch des Mondes. Verbot. Kraft der Magie als Gegenstück zu Gemeinsam sind wir stark. Staubtornado. Also die und mystischer Raum-Typhoon sind hauptsächlich gegen Burner-Decks da, falls da jemand sowas spielt wie Schwerkraftbindung oder Friedensboote und so weiter. Und die letzte Karte des Side-Decks. Feierliches Urteil. Eine Ultra-Rare damals, die alles kontern kann. Ja, das war mein erstes Deck auf dem Stand von 2004. Ein Beatdown-Deck. Es ist das zweite 2004er Deck, das ich erstellt habe. Ich würde sagen, es ist auch das schwächere von beiden. Aber ich hatte einfach mal wieder Lust, so ein bisschen auf Beatdown und Deckzerstörung zu gehen. Und ja, das andere Deck werde ich euch auch gerne noch zeigen. Das stärkere Deck. Das ist auch das persönlichere Deck. Und ja, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Deck haltet. Und falls irgendjemand von euch ein ähnliches Deck bauen möchte und wir irgendwie die Gelegenheit haben, sollten uns zu duellieren, bin ich auch gerne zu duellen bereit. Leider haben wir keinen Laden hier in der Gegend, wo man das Ganze machen könnte. Das heißt, ihr müsstet Räumlichkeiten stellen. Oder man macht das Ganze irgendwie über Skype oder DevPro oder was weiß ich. Ja, achso. Und was ich noch erwähnen muss, diese Decks werden natürlich alle mit Pre-Errata-Effekten gespielt. Also so, wie es damals war. Ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Ciao.